Till Schweiger hat in einem Interview gegen Oliver Pocher und Jan Böhmermann gestichelt. Nun schießen die beiden zurück. Im Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit hat Schauspieler und Filmemacher Till Schweiger, 60, gegen zwei deutsche Promis ausgeteilt. Er machte deutlich, dass er ZDF-Moderator Jan Böhmermann, 43, und Komiker Oliver Pocher, 46, überhaupt nicht leiden könne. Die beiden Fernsehstars haben nun auf die Wutrede des 60-jährigen Weier-Social-Media reagiert. Till Schweiger äzt gegen Jan Böhmermann und Oliver Pocher. Schweiger hatte in dem Interview erklärt, dass er die beiden verachte, weil sie immer nur auf Kosten von anderen lachen. Zudem würden beide liebend gerne austeilen, könnten aber jeweils überhaupt nicht einstecken. Wenn ein Gioke mal auf ihre Kosten geht, ziehen sie eine Flunsch und kommen sofort mit einem Anwalt um die Ecke. Für ihn sei Böhmermann das größte Brechmittel in der deutschen Medienlandschaft und sogar Gewaltfantasien habe Schweiger schon gegen den Satiriker gehegt. Wenn ich den treffe, das hatte ich mir mal geschworen, kriegt er eine fette Schelle. Dann habe er Böhmermann tatsächlich mal ein Anna-Lufthansa-Lounge erspäht und ihn dabei gesehen, wie er sich hinter der Süddeutschen Zeitung vergräbt, aber immer wieder daran vorbei blinzelt in meine Richtung. Gott sei Dank habe ich nicht auf das Teufelchen in meinem Kopf gehört, sondern auf das Engelchen und habe ihn verschont. Jan Böhmermann sei Tilschweiger niemals begegnet. Satiriker Böhmermann veröffentlichte in einer Instagram-Story eine Gegendarstellung und erklärte über die angebliche Begegnung Sylvie Sand, Ich bin Tilschweiger niemals in einer Lufthansa-Lounge begegnet. Die Süddeutsche Zeitung habe ich ebenfalls noch nie gelesen. Was tatsächlich schon einmal passiert sei, wie er vor Jahren bereits in seinem Podcast fest und flauschig erzählt habe, sei folgendes, Ich saß mal hinter Tilschweiger in der Economy Class auf einem Eurowings-Flug nach Berlin. Er vorne in Böses. Böhmermann habe ihn allerdings erst beim Aussteigen gesehen, weil ich, vor ihm, das Flugzeug verlassen habe. Dass Tilschweiger ihn dabei entdeckt habe, halte er für unwahrscheinlich, da er sehr aufgebracht und wütend war, weil er seit mehreren Minuten vergeblich versuchte, seinen Sicherheitsgur zu öffnen. Scherzhaft merkte Böhmermann an. Ob sechs oder sieben leeren 0,2er Weißweinflaschen auf dem freien Business Classics neben Tilschweiger lagen, weiß ich nicht mehr genau. In einer weiteren ironischen Story fügte er derweil in Schweigermann ihr hinzu, Wenn ich eines Tages Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo irgendwo mal persönlich treffe, dann haue ich ihm in die Fresse. Das habe ich mir geschworen. Der kriegt eine Schelle von mir. Zu seiner Aussage schrieb er mit Nachdruck, ich bin ein friedliebender Mensch. Oliver Pocher reagiert kurz und knapp. Comedian Oliver Pocher reagierte ebenfalls in einer Instagram-Story auf Schweigers Kritik. Zu einem gemeinsamen Bild der beiden bei einer Veranstaltung schrieb er kurz und knapp, ich mag Tilschweiger. Zudem fügte er einige Kuss-Emojis hinzu.